Hallo Mara und Berlin. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute das erste Mal getroffen haben für eine Einladung bei eurer Veranstaltung Bunte Kühe auf grünem Gras, die am 5. Oktober in Potsdam stattfinden wird und ich habe die besondere Freude und Ehre als Künstler auftreten zu dürfen, Künstlerin in dem Falle, weil ich seit zwei Jahren sehr offiziell meine Extension in die weite Welt hinaustrage, nämlich als Holly. Holly ist eine Saxophonistin, Komponistin, Produzentin und ich werde euch ein bisschen mit dem speziellen Trance Sax ein paar schöne Melodien spielen und vielleicht etwas mehr zeigen am 5.10. in Potsdam. Viel Spaß, eure Holly. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017